so hallo und herzlich willkommen zurück ich muss jetzt mal ein bisschen was aufnehmen weil ich habe nichts mehr zum hochladen das ist das problem so war die steuerung quest wir müssen jetzt haben wir die komischen beuteverträge hier plünderer 1000 alarmantennen gibt es wieder positionen immer ditte da lang okay das werden wir schon sehen was wir sind ziemlich am anfang und ich habe eigentlich richtig bock das zu spielen hier es ist jetzt nicht mehr vollkommen blind für mich mein privater spielstand ist da bin ich level 27 da habe ich mal lust bekommen mitten in der nacht bin ich aufgestanden und habe reisen probierten best gezockt also das sagt schon vieles aus wir laufen wir wieder zurück ach ja was wir neu gekriegt haben das weiß ja mein kleiner sohn noch nicht wir können jetzt schweben nur kurze strecken soweit wie unser winddings das habe ich beim letzten kampf gekriegt wo die gesandtschaft sony die gesandtschaft hier wurde vernichtet selber im letzten paar dran geschrieben hallo es muss man wieder drüber für die brücke überhaupt haben naja ist doch kein problem kriegen wir da hin warte mal hier ist was falsch eingestellt das brauchen wir korrosionen ist zwar gut also gift für manche maschinen die verlieren dann generell immer lebensenergie aber also hier wurde die gesandtschaft vernichtet johnny und hier liegen die ganzen leichen die ich hier fabriziert habe maschinen so da oben stand stand die rebellenarmee regala mit ihrer rebellenarmee das weiß ich doch aber ja und dir kampf experte oder hauptmann und feldmann was wir sich was das für ein knallfrosch war hat gedacht er kann Eloy in einen kampf töten hat aber falsch gedacht und da und daher ist das schild zum schweben jetzt so jetzt waren diese komischen hüller mal meugeln weil dann kann man nicht hat er gerade in er genießt maske aufsetzt mit der mühler müssen wir morgen den mühler maschinen so warte mal ja ja was ist denn das wegen die signal geräuscht gerade auf mein ohr hast du neue waffen ja ja stell die schmiededinger da so hin dass ich nie vorbeikomme alles klar jägerin hast du einen guten bogen das wäre nämlich jeneis ach den haben wir ja schon ok ach schade das hätte man besser und was denn das schneidender häxlerhandschuhe was alles klar alles klar was macht denn der keine ahnung irgendwelchen häxler schaden ist ich doch nicht bin ich ein häxler experte auf eine mission graut es mich ja die hauptmission wenn wir danach in diesem hässlichen scheiß labor sind was machen wir da da werden wir angegriffen von einem unbesiegbaren arsch und der kampf ist so nervig der ist so abgrundtief nervig kann man da auch zu sterben da kann man auch sterben ja ja so lange ich hier noch nebenmissionen habe kann ich die machen aber sind die weg muss ich die scheiß mission machen weil ich hab da nämlich nichts mehr kann mich nicht mehr rausreden dann aber kriegen wir schon hin irgendwie kommt man dann in eine andere siebitte hin aber das ist so ja oh oh was das ein 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 aussieht schnauze und stirb der innen hatte ich gesehen also die dinger bringen ja ja nicht aber meist du bist sicher so noch zu melden knallfrosch warum nehmen wir nicht die müde hier mann ist doch scheiße mann warum ist man echt in das gebiet latschen und ja mann nicht so viele immer korrosion am besten ja noch irgendwo jener feuerreißer zorn wühler was sind dahin geflogen hohstoffbehälter was war das gerade jetzt kommt ihr in angriff so jetzt kommen wir gleich mal die heilende knutschbeere mitnehmen oder wie viele emissionen haben wir denn noch papa nur noch die zwei hier und dann kommt noch eine und dann ist das auch beendet das ist das problem auch aber ich werde heute bloß ein part aufnehmen ich werde mal gucken ob ich irgendwie noch wenn man auch trackdealer aufnehmen kann dann kommt da vielleicht auch noch ein part oder was anderes keine ahnung irgendwas runterladen ja ja die kann man jetzt auch stemmen wenn die hinten zu sind kann man die auch stemmen warum ist die kiste offen da war ich noch gar nicht was wo hängst du wo hängst du so lass mich in ruhe mit deiner komischen säure wir brauchen einen besseren bogen das ist das problem mal gucken ob wir das jetzt hier mitte hinkriegen ich sag mal irgendwie besonders die töten ja ja geben doch nicht auf den sack mit den scheiß lesen mann hast du früher nicht so viel gelesen meine fresse was sind das hier wenn datending stöberer tagebuch irgendwo was ist das bei dunkle sonne nein das auch nicht oh gottes willen das kennt das glüfen hm hm beuteverträge alarmanten schriftrolle eine standard beutevertrag der außerrahmen vor kurzem eigentlich geschrieben aha eigentlich geschrieben alles noch der folgende vertrag ange ausgestellt von kerufs bauteile bauteile oh gott man plünderer verpflichtet hiermit den empfänger jägerin zur erbringung folgender dienstleistungen die jägerin wird alarmantennen von der angegebenen wächter bühner herde beschaffen die plünderer empfehlen die antennen abzuschießen bevor die maschinen die jägern entdecken gelingt dies nicht werden sie mehr maschinen herbeirufen die sich am kampf beteiligen die jägerin versteht dass die antennen die annahme dieses vertrags inhärende risiken beinhaltet oh redet doch mal deutsch man einschließlich körperlicher und oder physischer verletzungen schmerzen leiden entstellungen vorübergehender oder dauerhafter lähmung und oder tod es lohnt sich versprochen im leeren ist ja logisch dass man tot gehen kann also das ist doch das ist ja witzig weißt du also aha was denn da hinten vorher abschießen hinten die antennen entweder aber ja dann guck mal ja dann guck mal da kommt doch in der liste säure ok 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 nummer eins wie brauchen wir denn da oben läuft einer rum sehe ich gerade da 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 das war das war beim ersten mal bei mir nicht so ja ja sehr schön da 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 kommen wir nicht ran da kommen wir nicht ran ne da kommen wir nicht ran sagen wir mal erstmal einen hier noch eine antenne noch eine weitere noch eine weitere warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal naja kann doch nicht nur weit schießen das ist das problem wir müssen näher ran das heißt wir können mal hier hin was geht was geht denn nach oben wenn der jetzt wieder zurück kommen wird kann man dann drauf schießen naja der stellt sich da hin jetzt läuft der wieder zurück siehst du ja wir können ja schon mal ist das ein giftpfeil säure was macht die versetzte maschinen also metall ja wir treffen so warte 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 gift haben wir später erst so jetzt haben wir erstmal säure für die maschinen gekriegt wenn du kannst warum sollst solltest du es nicht können was ist mit dir brichst du dir jetzt gleich die beine oder was kurz schnell raus machen zack 15 minuten haben wir naja wollen wir noch eine mission machen nur zweifle hinter uns nur zweifle hinter uns hattest du den boss schon papa welchen den was du nicht magst ja klar auf dem privaten spiel stand kam da auch so ein video naja warum warum warte wieder woher kommt warte 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 Verträge. Wohin? Ach, hätte man gleich mitmachen können. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, es wurde wohl eine Brücke. Meine Güte. Alte Panzer. Alte Panzers? Panzer. Ein Panzer. Was denn? Ich höre ja was. Was Großes. Oh. Nein, weg. Ein Kampf. Ist jetzt geil. Da. Hä? Schnauze. Und wenn mir das das viel begegnen, Papa? Oh, oh, oh. Ne, warte mal. Doch. Doch da lang. In welcher Richtung geht denn das hier? Ob da irgendwas Schönes gibt, Nara? Geh mal da runter. Und das Wasser. Wir können doch nicht tauchen, Mann. Hm. Ne, war noch. Geld haben die in der Hosentasche gehabt. Und noch mehr Geld. Wer packt denn Geld in die Maschinen rein? Was ist denn mit euch? Oh, leider. Haben die Maschinen schon vorher da, Papa? Die hab ich ja getötet. So. Nein. Sei ruhig. Ich hab keine Teile für dich. Mann. Ist doch in Ruhe. Ist das nicht das erste Lager, Papa? Nein. Es weht aber. Mhm. Da ist das erste. Da kommen wir an. Kettenkratz. Da ist die Nummer zwei. Wo ist Nummer drei? Pff. Das ist doch nicht. Das sind drei auch nicht. Reliktruinen. Niemandsland. Oh. Die müssen wir auch noch machen. Die Reliktruinen sind gut. Dann können wir die danach machen. Ach. Stürmer müssen wir jetzt. Ach. Ach. Ach so. Was ist denn das? Warum können wir nicht die nehmen? Die haben irgendwie noch mich gesehen gerade? Haben wir jetzt irgendwas? Oh. Oh. Herden Hinterhal. Den haben wir schon gemacht. Blünderer. Hä? Blünderer. Hä? Hä? Ich hab den gar nicht da? Uhhh. Ach doch, Blünderer. Ah, ok. Ich dachte schon. Geh dich zur Stürmerposition. Die kann ich hier nicht nehmen oder was? Was denn? Die Stürmer kann ich hier nicht nehmen? Was ist das? Eigentlich eine Reitmaschine. Willst du die töten? Die rennen weg. Kommen die aber wieder? Na ja, klar. Ja. Da wollen sie angreifen oder? Ne, da wollen sie Kaffee und Kuchen. Schauen wir gucken mal? Warum ist hier ein Feuer? Der nennt eine Maschine. Ich renne mal schnell vorbei. Ich hab jetzt keine Zeit hier. Jajajaja, hör auf jetzt Eloi Mann. Du musst nicht gleich tot umfallen, Mann. Du musst nicht gleich tot umfallen, Mann. So, das haben wir schon befreit hier. Was ist los? Ist das Corona oder was? Was? Da gibt es doch auch noch keinen Corona. Hm? In der Spielwelt gibt es keinen Corona, Mann. Ist alles frei von Krankheiten. Aber sterben kann man. Wir müssen wirklich tatsächlich die hier vorne nehmen. Die, äh... Ach so. Die Herde. Hä? Hä? Wann falle ich drauf, Mann? Ja, jetzt kann man die, äh... Notizen durchlesen. Blinderer. Blinderer. Schriftrolle, äh, blinderer. Ja, kann törblich tot sein. Ja. Warte mal, warte mal. Wie war das jetzt? Blinderkiefer von der angegebenen Herde beschaffen. Denn ohne wenigstens schwer auch zu spüren. Wie soll ich das jetzt machen? Soll ich jetzt... Einfach töten? Und dann rausziehen? Und dann... Ja. Okay. Hm. Ach so. Ich muss die erst ausschalten, die Stürmer. Und dann kommen die Blinderer. Alles klar. Dann startet Dänemark. Ach so. So ist das gemeint. Nummer eins. Und du kleiner, kleiner Eierkopf da. Hast du gesehen? Nein, ich seh noch nicht. Da ist so'n kleiner. Schnauze. Ich seh noch einer. Ich seh noch nicht. Ich seh noch einer. Da den ersten haben wir. Das wurde schön gesehen. Mann, muss denn der kleine Püsser? Ist er jetzt umgefallen? Ne, ist er nicht. Jetzt aber. Ha! Ist er rin gelatscht? Nein, ist nirgendswoche rin gelatscht. Äh, äh, äh. Naja. Muss mir alle, alle gehen, Papa? Hier kommen Blünderer, jetzt sind die Blünderer da. Was müssen wir mit dem machen? Töten. Alle? Oh, da ist ja noch Vielfälle. Oh, da ist ja noch vielfälle. Und tschüss. Und das alle blinden? Nein. So stimmt ja. Und Amerika. Mensch. Das sieht ja wie ein alter Opa. Der Baum. Aber wir haben nicht mehr da. Okay. Wie fallen haben wir denn noch? Nein, Eloy. Jetzt wird schon alles abgegrast. Oh, das ist ja noch ein Stürmer. Schöpfe die Maschine, die sie sieht. Ich habe gute Pfeile in euren Arsch geschossen hier. Also werde ich auch mal ein bisschen plundern gehen. Ja. Die sind alle tot, Papa. Können wir noch nicht herstellen. Wann hast du welche zum Reiten, Papa? Ja, ja. Jetzt haben wir nicht mehr. Okay, da haben wir schon eingesammelt. Da fehlt noch. Ist das tot? Ja, ich brauche es leider, Johnny. Warum? Um meine Beutel zu erhöhen. Mehr Munition und all das Pipapo, Mann. So. Man wird hier richtig gezwungen zum Töten. So, was war denn das? Aus des Punktturm. Wollen wir doch hin? Für den Turm? Papa? Nein, jetzt nicht. Was? Zahl zum Gutenvorgang. Die 29. Zucker schon. Ja. Das ist in Mai auch gleich Feierabend. Ja. Haben Sie es mal gesehen, wa? In dem Bad. Der wird uns jetzt sowieso neue Emissionen geben. Ja. Eine spezielle Zutat fehlt noch. Liebe Jägerin. Hast du denn die paar Maulkloppen, Alter? Ich schrücken kannst du. Ja. Hier. Und jetzt hat der Maul. Ich schritte hin. Ich schritte hin. Bart ist nicht besser. Das ist gut, Alter. Ich schritte hin. Wenn er mit. Ich schritte hin. Ich brauche auch mal was. Tschüss Leute, haut rein und schluss dann von mir aus schon, ja? Ja, was ist denn die Flasche mit? So. Keine Ahnung. Ach, wirklich damit. Braucht keinen Carla Ens hier. Was ist das? Nora Gesalbte, okay. Wir haben hier Nora Donner Elite. Elite Kaja BMO. Und die haben wir jetzt ausgerüstet. So. Ich wünsche euch nochmals. Haut rein. Und Tschüss. Tschüss.